Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Vierer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jogel, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, so lange es ist! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Schmeich des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang, dass ich mir die Firma der Aktionen nur behitze! Es hat mich jeden Morgen festgelegt... Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war lieber von der Akademie. Und doch hab ich allein, allein auf mich gestellt, den Verrauber erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn die zu verraten und betragen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei denen verlasse, er will, dass es nicht der Fall ist, er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Jetzt wollen Sie, was Sie spielen! Untertitelung des ZDF, 2020